Ganz kurz, ich meinte, ich nehme das hier ohne Schnitt und Cuts auf, aber ich musste doch kurz einen Schnitt machen, weil ich nochmal den Kommentaren nachgucken musste, also nicht wundern und jetzt viel Spaß bei der Auflösung. Ciao nochmal, willkommen zum Giveaway-Auflösungs-Video. Ich nehme das hier ohne Schnitt, Cuts, etc., irgendwas auf, ich lade das einfach so hoch, damit hier auch nichts verändert ist. Wir nehmen den YouTube Random Comment Picker, wo ich gerade nochmal nachgucken musste, ob er auch Comments pickt, die unter Comments stehen, weil da zwei irgendwie waren, die sich unter einem Comments teilgenommen haben. Und die klicken jetzt dann eben auf Load Comments erstmal. So, jetzt lädt er hier, jetzt hat er alle Kommentare analysiert von dem Video, hier ist Summoning Video Triple SSA und wenn ich jetzt auf Randomly Pick Winner klicke und da einer steht, der auch eben mitmachen wollte, der kriegt dann halt den Account, der muss halt irgendwie stehen mit, ich würde gerne teilnehmen, I wanna join oder sonst irgendwas. Vorhin stand ich dreimal da, weil ich auch kommentiert habe, eben bei Unterkommentaren und sowas, das war dann ein bisschen lustig, deswegen nochmal. Randomly Pick Winner, der Gewinner ist, was heißt Gewinner, der den Account jetzt einfach kriegt, so groß ist das jetzt nicht, bitte nicht ich. Okay, das kann man, glaube ich, nicht gelten lassen. Ich guck mal kurz. Okay, das kann man gelten lassen, weil so hat er nochmal unter seinem Kommentar, wo er meinte, dass er ihn gerne haben möchte, kommentiert zur Verbesserung. Das heißt, hier ist einer der Geschieber, dass er ihn haben möchte, er wurde ausgelost. Alex, melde dich irgendwie bei mir per Twitter oder YouTube Privatnachricht, weil ich kann den Code ja nicht einfach in die Kommentare schreiben, sonst pickt sich denn irgendeiner vor dir raus. Ja, vielleicht verlose ich mal noch einen Account, vielleicht auch mal einen krasseren, weil der war jetzt nicht so doller. Dank fürs Zusehen, Tschernobyl. Danke. Danke. Pizza.